Moin meine lieben Cobras, vor kurzem ist nach langer Wartezeit endlich die siebte Staffel von Arrow bei Netflix gelandet. Und auch diesmal gibt es den ein oder anderen neuen Charakter, der aufgetaucht ist. Dieses Mal ist es Emiko und der neunte Zirkel, also bleibt doch gerne am Start. Emiko Queen ist ein sehr frischer Charakter im Comic-Universum. Sie wurde kreiert von Jeff Lemire und debütierte im März 2013. Sie ist die Halbschwester von Oliver Queen alias Green Arrow. Ihre Eltern sind Robert Queen und Shado. Dies ist in der Serie etwas anders, dort ist es nicht Shado, sondern Kazumi Adachi. Von ihrer Mutter wurde sie vor der Familie Queen geheim gehalten. Als Kind wurde sie von dem Attentäter Komodo entführt. Komodo ist ein ehemaliger Mitarbeiter von Robert Queen gewesen. Dieser glaubte, er sei der Vater von Emiko und bildete sie daraufhin zu einer Attentäterin aus. Später rettete Green Arrow Shado vor Graf Vertigo. Shado bestätigte Oliver, dass Emiko seine Halbschwester sei. Emiko begann zu verstehen, dass sie die Tochter von Robert Queen sei und rächte sich daraufhin an Komodo, der sie jahrelang belogen hat, und schenkte ihm den Tod. Emiko startete einen Neuanfang an der Seite von Oliver. Auch als DC Rebirth startete, ist Emiko immer noch ein Teil von Olivers Leben gewesen. Oliver und ihre Mutter Shado stritten sich und als Oliver Emiko befahl, den Raum zu verlassen, schoss sie zu Olivers Überraschung einen Pfeil in seinen Rücken. Sie nahmen Oliver mit auf ein Boot und fuhren aufs Meer hinauf, wo sie seine Leiche ins Meer warfen. Sie fuhren weiter zu einer Basis namens Inferno, wo Shados Meister, die kriminelle Organisation der 9. Zirkel, operierte. In der Serie ist Emiko die Anführerin des 9. Zirkels. Dies ist jedoch in den Comics nicht der Fall. Oliver überlebte das Ganze. Dies hatte er Emiko zu verdanken. Sie fungierte die ganze Zeit als Doppelagentin und steckte in Olivers Tasche ein Leuchtfeuer und kontaktierte daraufhin Dinah Drake, besser bekannt als Black Canary, und außerdem noch John Diggle. Gemeinsam infiltrierten sie das in Ferne und zerschlugen den 9. Zirkel. Später wurde Emiko zu Red Arrow und ein Mitglied der Teen Titans. Inspiriert wurde Emiko von Fia Queen, die ebenfalls Olivers Halbschwester in der Serie darstellt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch auch gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal, eure Cobra. Bis zum nächsten Mal, eure Cobra.